Oh, jetzt redet ich fahr, wenn es richtig. Das ist fahren, ja, ne? Baddeln. Hattet die Ruhe. Da ist, also ich bin im Pin. Lass mich doch... Ich will da nur zu meinem Ziel. Ich will doch nur dahin. Ach, Mensch. Ich will weder irgendjemanden, irgendjemanden was tun. Ich will weder. Der Dämon da oben, dem will ich auch nix tun. Will den Krabbelführern nix tun. Ich will jedem sein Leben, was ich will hier nur durch. Beziehungsweise ich will. Das Einzige, was ich will, ist hier durch. Hallo? Oh, bitte. Das ist hier zu Fuß weiter. Dann natürlich gehe ich auf die Seite. Ne, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ist schon ein bisschen doof. Immer bespuckt zu werden von euch. Immer und immer wieder. Da habe ich das gleiche wie die, glaube ich. Ich will auch nur... Nein. Oh, echt. Echt und haftiert's, Leute. Oh, echt und haftiert's, Leute. Huch! Ich bin kein Monstrater. 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 Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich bin kein Monstrater. 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 Ich versuche den Monstrater. Ich bin kein personn törer. Gibt's hier echt nicht? Das ist ein bisschen, wie wir wollen halt auch Stress, aber das ist kein Konkurse. Problem sowieso. Hmm. Oh kein Schiff, kein Boot. Okay. 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 Keine Boote mehr, ernsthaft? Ist okay, tschüss. Wenn du schon kotzen musst, dann treffe auch du Penner. Tschüss. Wow, dieses ganze Risiko. Für den Arsch. Na so wie. Da habe ich dieses Risiko auf mich genommen, damit wir das neu erkunden können. Ach, danke. Ich wollte nur erkunden, ne? Du wirst das, ne? Ah, da ist jetzt momentan nix los. Gut. Ja, wir sind schon zurück. Hallo. Hallo, aber. Der läuft aber auch manchmal so. Wow, mit dem Motto, ja, ich könnte mal laufen bis hin zu. Ne, ja, kein Bock. Aber vielleicht, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht gar nicht. Ich mag vor allem diese neue Reihe. Ist das vielleicht das Ende? Oh, ne? Ich meine. Ich könnte es mir auch vielleicht gut vorstellen. Die Metro ist jetzt. Ich weiß nicht, wie das Game jetzt hier endet. Das ist die Frage. Aber. Und von der Thematik her. Das könnte passen, du. Okay. Es ist gut, dass ich es versucht habe. Schade. Ich hätte es glaube ich gleich am Anfang machen müssen. Wir hatten da ja mal ein Boot. Sehr, sehr schade. Na egal. Sonst können wir es nicht machen. Aber. Es. Wird jetzt wohl auch nicht ähm. Ausschlaggebend sein. Trophäen sind mir sowieso egal. Ich mache die 100 nicht wie in Trophäen. Allein, weil mich die Welt interessiert. Wie ist es denn da? Ist das in der Atemnot oder? Nein, nein nein. Ich gehe wieder. der ist außerhalb unseres programmierbereichs ach nee scheiße muss gehen kann nicht mehr das ist mir einfach zu viel der schluss anfangen die irgendwie atemnot neuerdings oder was ist los hier können wir also hin dann muss ich jetzt hier runter los hirnchen ja es mich ja mich hündchen aber okay er hat mich gejagt okay vorbei hat spaß gemacht nein doch rein was einladung ist ich warte kurz lange deswegen gedauert man nicht gedrückt halten man ist nicht ich glaube das ist mir noch von einem todel führen alter die gedrückt halten dass du nicht einmal kurz drückt er es macht den scheiß immer gedrückt halten muss wird mich umbringen eines tages wird es mich töten aber es ist mir egal gute haben wir es leider konnte bis dahin machen auch das immer schön aber das ist immer ganz witzig glaube ich das ist immer ganz lustig da sich mit den krabben anzulegen naja das gehört ja auch mal zu solchen spielen dazu zu merken hey hier geht es nicht weiter gibt es auch mal also ich meine wir sind ja auch nicht nur auf fortschritt ne also es ist sowieso ich meine klasen display in fortschritt geben muss und da vielleicht noch so ein paar folgen dass die leichten kinder fortschritt zu sehen jetzt muss ich ja immer wieder anfangen zu kotzen spring bitte auf mein boot und kotze mich voll da habe ich jetzt richtig bock darauf blöde kackviecher ich bin krange 950 und muss kotzen weil das meine kollegen schon getan haben und wenn das tut ist voll cool und werden erschossen blöde wasser sind sehr schade aber ein bisschen ein bisschen verlustet der dem er ist richtiger aber ich möchte wir haben ein bürtchen und bürtchen und bürtchen 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 ab wenig sein die verdienten bedienen böse nein normal mit den anlegen aber schon mal gemacht danke danke aber nein danke ganz ehrlich muss ich ehrlich sagen schon mal ein neues gebiet sehen ich bin auch sehr sehr froh haben wir es ja bald abgeschlossen vielleicht kommen wir da hinten ja noch mal hin und wenn nicht ich kotz aller weil sie irgendwelchen gründen da noch mal hin müssen und auf einmal da hinkommen weiß ich und kotze ich wirklich ich weiß nicht wie das abläuft wird gesagt bevor man das viertel verletzt viertel bevor man das kapitel verlässt kapitel sauer als auch ein kapitel nur es sind halt große kapitel mit krabben verschwörung eine verschwörung gegen mich hallo hallo was damit du brauchst du was deine ladung manchmal das muss man auch schneller gehen die habt ihr einmal anderes drauf oder kotzen und angreifen echt nicht dumm sein ich bin voll konstant tschüss alles boah ja oh das ist ein geräusch ne das will ich auch immer neben mir haben das ist überhaupt nicht eklig im ohr oder so dieses katsch geräusch da oh hi oh oh ist hier ein familientreffen oh störe ich sorry oh ja schön hier wird es mit feierschutz och nö wieso jagt mich denn alles was habe ich euch getan was habe ich dieser welt je getan mich so zu hassen ich meine die hassen mich ja dann stell ich mir erklären ich bin hier ich bin hier Hilfe Hilfe Hallo danke Anna fürs Feierschutz oh oh ja ja ich war krank vor sorge während du im terminal warst halt ruhig ja mark sagte du hast den schlafwagen mitgebracht du bist einfach der beste oh ja tut mir leid dass ich so viel rede aber du hast mir gefehlt er grapst du ich mal in die sichtung kommt ok ok zurück an die arbeit also statt mich zu überarmen und mir hab wohl zu viel zeit aus der deponie verbracht weißt du was dir hat ein sniper weißt du und die ihn vielleicht mal runterschießen können ja oh mein schatz ich hab mich so vermisst vier an der leiter des schleppschiffs ein paar am pier sam nimmt die rechte flanke bitte kommen sam ich bin instellung ich kann eine wache sehen duke ist links vom hangar bitte kommen duke in position bereit die wache auszuschalten idiot ist auf dem hinteren kran einsatzbereit ich habe jeden einzelnen am pier im auge kerst hat das untergeschoss ausgespäht hier sind nur zwei und sie sind gerade mit einer reparatur beschäftigt könnte eine optimale stelle sein um unbemerkt hinein zu gelangen gut atyom wir sind alle bereit aus der kirche bist du auch unauffällig herausgekommen also mach das hier genauso tja das macht keinen spaß amateursolder wie die hierzu verwirbeln genug geredet also gut atyom du hast die leitung du gibst die kommandos mhm vielleicht sollten wir bis zum einbruch der dunkelheit warten dann könnte es einfacher sein vielleicht schlafen ein paar der wachen ein in der zwischenzeit könntest du dich hier in der kabine ausruhen wo kann ich mich hier ausruhen hier in dem ding oder wie meinst du das hier glaub ja alter dieser anna ne auch ne mein schatz ich hab dich so vermisst du hättest teuer schutz geben können weißt du wozu der knarret da ist so blöde holzkuh ne alter wie kannst du das heiraten ey